Hallo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ihr habt es schon schwer erkennen, wir befinden uns gerade in Bella Italia und zwar um genau zu sein in Rom. Warum sind wir in Rom? Nicht ohne Grund. Wir wollen nicht die Attraktion abchecken, wir wollen heute Abend auseinandernehmen bei Travis. Digga, ich bin da aufgeregt. Ihr habt es gehört, heute Abend, First Stop Utopia Travis in Rom, diesen Montag um ich glaube 22 Uhr heute Abend. Wer wäre ich, wenn ich nicht hier wäre und deswegen bin ich für euch live vor Ort und verfolge das Ganze. Wir sind auch gar nicht so viel labern, ich würde sagen, wir starten direkt in den Blog rein. Heute, ganzer Tag Rom, erstmal ein bisschen City. Wir gehen auch gleich direkt nochmal zur Location, checken das Ganze ab, was da gerade Sache ist. Dann gucken, was so geht. Heute Abend Konzert, es wird unfassbar krank, das allererste Mal Utopia und Digga, wir wissen uns, was uns erwartet. Das ist verrückt. Was auf jeden Fall jetzt schon mal seid ihr gerne? Daumen nach oben da, kommentiert das Ganze, lasst ein kostenloses Abo da. Viel Spaß mit dem Video und let's go! Natürlich werden noch ein paar Impressionen für euch angefangen, hier das Kollision, habt ihr gerade schon mal gesehen. War tatsächlich damals, ich glaube, mit 14 oder 13 schon mal rum, aber ich kann mich an so viele Sachen hinzufügen erinnern. Aber ich hab's auf jeden Fall alles schon mal gesehen. Also wir haben jetzt circa 12 Uhr und stepen jetzt mal zur Location. Circus Maximus heißt das Ganze. Also genau wie auch der Film hieß und deswegen haben auch irgendwie viele gedacht, dass er nur den Film zeigen würde, aber glaub mir, er würde nicht nur den Film zeigen. Gib das mal, wie nice das hier aussieht. Auch einfach mit dem perfekten Wetter. Küste doch Italien sein Herz für dieses wunderschöne Wetter. Wir haben gerade abgecheckt, hier sind anscheinend die Pit-Tickets, also hier ist der Eingang für die Pit-Tickets und hinten auf der komplett anderen Seite ist der Eingang für die normalen Tickets. Wir haben gerade überlegt, ob wir reingehen sollen, aber die lassen uns da nicht mehr raus, deswegen bleiben wir jetzt draußen. Ich weiß auch gar nicht so genau, wann wir überhaupt da reingehen wollen. Wir lassen die Leute um 16 Uhr offiziell rein, da ist hinten immer noch eine Schlange, wo die Leute gerade warten. Und offiziell beginnt das Ganze um 21 Uhr, das heißt, es beginnt wirklich erst um 22 Uhr. Das Verständnis, es gab halt zwei verschiedene Arten von Tickets, einmal Pit-Tickets, da bist du halt vorne hast, so einen anderen Eingang, und einmal normale Tickets. Und wir haben eben diese Pit-Tickets, die auch, glaub ich, direkt nach zwei Minuten ausverkauft waren, weil die normalen Tickets kann man immer noch kaufen, die kosten auch nur 40 Euro, was wirklich unnormal billig für ein Konzert ist. Also Real Talk, selbst irgendwie UFO in Köln ist teurer. Hier ist Merch, aber ich muss sagen, das sieht irgendwie semi aus. Ich hätte mir eigentlich richtig gern was geholt, aber hätte ich mich irgendwie nicht so, ich weiß nicht. Hier so diese Prints und so, schwer. Okay, hier ist, glaub ich, die Line für die normalen Tickets, die beginnt hier und geht bis nach komplett hinten da durch. Und wir haben 12 Uhr, das ist komplett gestört. Junge, 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 wir gehen jetzt gleich mal lang, ich will wissen, wie lang diese Schlange ist. Das ist der Geisteskrank, vor allem ihr müsst euch geben, wir haben Sonne, 33 Grad, die Jungs sind hier am Sweaten wie sonst was. Und die Schlange geht hier komplett lang, bis nach ganz da hinten, und da vorne ist der Circus Maximus. Da hinten könnt ihr es sehen, die Bühne, ein riesiger Platz, und da ist die Schlange für die Pit-Tickets, wo wir uns später auch anstellen. Wir sind jetzt weggegangen vom Circus Maximus, sind jetzt auf dem Weg zur Spanischen Treppe, beziehungsweise in die Innenstadt. Dieses Geisteskrank war schon am Spitzen wie kein anderer, also, ich glaub, heute Abend wird ehrenlos. Und ihr müsst euch geben, die Leute stehen jetzt schon an, dürfen um 16 Uhr auf den Platz, und hier dann ab 16 Uhr so in der Crowd. Spaß mach ich auf jeden Fall nicht mit, ich weiß noch gar nicht so genau, wann wir hingehen, also, irgendwie steht alles noch in den Sternen. By the way, hab ich auch seit heute Morgen, fragen mich warum, heißt es, kranke Schmerzen, Oberschenkel, also, genau hier. Sobald sie irgendein Autopäder das Video guckt, oder so, ich schreib gern mal rein, was es sein kann. Sehen wir jetzt in die Stadt, gucken, was da abgeht, gleich was essen, was trinken. Ich bin, by the way, auch mit Amro unterwegs, dem Bruder, er begleite mich auf Schritt und Tritt. Das sechste Mal ist, dass ich Travis live sehe, und das vierte Mal sehen wir Travis zusammen. Dann ist das, dann ist das fünfte Mal, dass wir Travis zusammen live sehen. Einmal London, Rotterdam, München, und jetzt Roma. Also, ihr merkt, wir haben beide ein bisschen Knacks, also, das ist wirklich irgendwie gestört, das sechste Mal, dass ich Travis sehe jetzt. Diese Läden hier, und dieses Wasser, sind so wichtig heute. Wir sind seit zwei Stunden unterwegs, und das ist, glaube ich, die dritte Pulle, das ist, glaube ich, die dritte Pulle Wasser, die ich schon trinke. Also, Jungs, Real Talk, ich hab ein dickes Problem, also, mein Oberschenkel, der geht hier an die Grenzen. Keine Ahnung, was das sein soll, aber ich bin heute Morgen wach geworden. Oh mein Gott. Sieh mal doch auf der Kamera überhaupt, wie geistkrankt das denn aus. Kurzer Zwischenstopp, ich musste was essen. Wir sind hier in der Bäckerei, wo es auch diese ganzen italienischen Paninis gibt, und Croissants, und Süßwaren. Oh, so ein Tomate-Mazzarella-Baguette. Seh ich mich eigentlich. Thank you. Zwei. Oh, ja, 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 ja. Trocken. Trocken, aber drei Euro. Meine Ausbeutel, wir haben ein wunderschönes, warmes Tomate-Mazzarella-Baguette. Schön leicht geschmolzen, küssten, und ich mach mal das dazu. Fünf von zehn. Mehr ist nicht drin, das ist verrückt. Okay, ich nehm zurück. Fünf Komma fünf von zehn, weil eben hab ich keine Mozzarella im Mund gehabt. Ist schon ein bisschen besser. Wir haben die Stärkung, und jetzt geht's weiter zur spanischen Treppe. Digga, wir laufen hier seit zwei Stunden rum. Also, wo ist die denn jetzt? Zwölf Sekunden später. So angefühlt wie eine Weltreise, aber wir haben's geschafft. Hier ist die spanische Treppe, beziehungsweise, sie geht halt hier runter. Okay, sie müsste hier unten sein. Und First Reaction. Hä? Die Wack? Wir hätten jetzt auch noch runter. Da ist so ein kleiner Brunnen, ein kleiner Platz, aber das wär's. Dafür hab ich jetzt hier diesen Weg auf mich genommen, hab mir die Schmerzen in meinem Oberschenkel gegeben und bin nicht ganz rumgelaufen. Das ist die spanische Treppe. Tote Treppe. Aber hier ist halt so mäßig die Innenstadt, ne? Ihr könnt's sehen, da vorne ist auch zum Beispiel Balenciaga. Die ganzen Designer-Stores, wo ich mir halt jetzt eh nichts kaufen werde. Ich glaub, er enjoyed die spanische Treppe auch extrem. Die spanische Treppe war jetzt nicht so ein geiler Call. Wir sind jetzt im Taxi gefahren Richtung Bahnhof. Was wir am Bahnhof machen, seht ihr dann gleich. Das ist hier wirklich irgendwie alles, äh, ganz spontanes Ding, aber hier fing das schon irgendwie in. Aha, wen haben wir denn da? Utopia out now. Da bin ich heute Abend. Genau da bin ich heute Abend. Zirkus Maxi Musik. Ja, okay, das war's doch wieder. Keines Update. Wir haben ein Problem. Es war nämlich gerade 16 Uhr. Ich brenne euch viermales Deut und wir haben ja gerade gebrochen. Und zwar könnt ihr, glaub ich, es sehen. Das Geist kam voll. Die Menschen stehen schon, wie viel wissen, den Horizont. Und wir sind noch nicht da. Also, wir sind halt noch in der Stadt. Deswegen kritisches Ding. Ich hoffe, wir kommen irgendwie nach vorne. Aber ihr kennt mich, wir dribbeln das eh irgendwie. Ich hab auch noch gar nicht gesagt, das Besondere heute ist, keiner weiß wirklich, was hier heute passiert. Das ist natürlich ein Konzert, das allererste Mal Utopia Live, aber ihr kennt alle die Setlist nicht. Das ist Utopia Only. Ist es eine neue Setlist, wird auch alte Songs? Keiner weiß. Es ist nicht so geil, wenn es nur Utopia wäre, weil Utopia ist jetzt für live und ist so unfassbar krass. Ich bin halt irgendwie drei, vier Songs, die ich mir live gleich vorstellen kann, ansonsten eher nicht so. Falls ihr euch jetzt fragt, Jan, was ist deine Meinung zu Utopia? Ich hab das so ein Video aufgeladen auf dem Zweitkanal. Lennst euch jetzt mal einen, linken mit unten, falls ihr mal eine komplette Meinung und auch Tierlist zu jedem Song sehen wollt. Wir gehen jetzt erstmal aufs Hotel zum Mal, ein bisschen ganz kurz, ein bisschen chillen. Und dann hoffe ich, dass wir irgendwie da nach vorne kommen. Und dann wird das hoffentlich der schönste Abend meines Lebens. Ich bin hyped, aber ich brauch noch ein bisschen Energie, deswegen jetzt ins Hotel. Ey, wir sind so fertig. Wir sitzen hier, beziehungsweise liegen hier. Wir sind draußen, auf dem Weg zum Zirkus Maximus. Haben wir jetzt ca. 19.30 Uhr, glaube ich. Wir haben ca. 20 Minuten Fußweg vor uns, müssen auch wieder in die Richtung zum Kolosseum. Und der Junge, der hat eine Mission. Wir haben eine Mission, du bist verrückt. Aber warum ganz Country? Weil ich den Feier und umgekehrte Psychologie, nicht jeder würde ganz Country nehmen. Ich sage, Quote, dass du auf der Bühne bist, 6,5er oder so. Boah, ich gebe mit, ich komme alles zurück. Ich habe gerade noch überlegt, 6,5er ist viel zu gut. Gibt dir eine 12, 13er. Tour und Hose wurde bei der Weih auch gewechselt. Wir haben die Konzert Air Force und die Represent 24-7 Shots. Ich sage es immer wieder, die beste Festival-Shots. Es ist halt unheimlich luftig, locker, leicht, hat Reißverschlüsse und das ist sehr, sehr wichtig. Also ich bin real-talk aufgeregt. Ich habe Ultrap-Probleme gerade ohne Spaß. Was ist ein Problem? Ich bin mental noch nicht ready. Da sind wir wieder. Leute machen ihre Insta-Pics. Und wir gehen zu Travis. Wir haben es geschafft. Hier ist der Eingang. Oh ja. Da hinten geht es gleich ab. Wir werden jetzt da hinten nochmal kontrolliert oder so. Wish me luck, dass ich meine Powerbank irgendwie da durchdribbeln kann. Thank you. Einmal kurz hier ein bisschen gucken. Boah, ich sehe gar nichts, weil die Sonne fickt mich. Wir sind drin, leider Powerbank weg. Muss ich abgeben, warum auch immer. Auf jedem Festival, wo ich war, konnte ich eine Powerbank mit reinnehmen. Italien sagt nein. Wir sollten jetzt mal nach vorne gucken, was da so abgeht. Ich bin so pumped, ich habe so Bock. Ich denke heute mit Geist krank. Hier ist der Pit-Eingang. Da drüben sind die ganzen normalen Tickets. Oha, das geht ja unnormal. Da ist schon die Bühne. Hey, wir haben Jackpot. Wir haben Pull-Tick. Was? Und hier ist doch voll platz und so. Wir haben Pull-Tick. Oh mein Gott, ich muss da rein. Ja! Gebt euch das mal. Das ist ja geistkrank. Wir können einfach hier so durchlaufen und können hier sie nach vorne. Oh mein Gott, das war die beste Entscheidung, sich diese Tickets zu holen. Direkt vorne. Da hast du die Bühne. Zwei Mosch-Pits, bisschen nach vorne drin. Ich bin in der ersten Reihe. Quote ist gestiegen, Mann. Quote, Quote jetzt. Bei 8,5. 8,5. Oh mein Gott, wie viele Menschen sind das? Jan, runter. Ja, ja, ja. Oh mein Gott. Kleines Update. Hier ist noch circa 40 Minuten bis zum offiziellen Beginn des Konzerts. Also bis 21 Uhr. Aber mein Call, wir warten noch mindestens eine Stunde. Die Bre ist da oben. Zeigen euch mal einen 40-Euro-Spart. Einfach Camping-Spiel nehmen, hinter den Soundstellen. Konzert-Box-3 genießen. Wir haben jetzt Punkt 21 Uhr. Hier war's jetzt gar nichts. J-SB ist auf jeden Fall schon draußen. Wisst ihr, was das krasseste ist? Wir wissen nicht, was für ein Opener gespielt wird. Das macht mich gerade komplett verrückt, die Frage. Ohne Spaß. Ich sag Piana, sag ich. Da oben in der Ecke ist J-SB. Mach dich ready, Junge. Mittlerweile halb zehn. Was passiert hier? Immer noch nix. Gar nix. Hier passiert nix. Chillen jetzt gerade noch hier auf entspannt. Vertraut mir. Gibt mir drei Songs. Ich bin da vorne. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich hab... Hallo und willkommen zu Utopia. Show the rest of the world how to really raise to Utopia. Can we do that tonight? It's good! If you're ready for Utopia, you make some motherfucking mess. Let's not four of them. Before the show starts. Stop this. Stop this. Stop this. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. 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 Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja! Ich bin jetzt rausgegangen, weil ich glaub, der Seah ist gleich vorbei und ich kann nicht mehr, ich bin klatschig, ich bin alles zäh, mein Oberschenkel, ich kann nicht mehr stehen, mein Oberschenkel tut so weh, ich muss raus, ich hab aufgegeben, ich muss mal sehen. Ha, what the fuck, dieser Mood switch einfach. Checkschachant Checkschachant Nach ich deinen Klinen zum你說 Pen. An das türkische Fröhren zu sagen. Niemand vouhePUB cassette von 60,000자 sensuales Machimus in 2A�� wingen. Und Roe Platform dass sich für Chauffe Lunch trophy dauert. Make that for the whole Caddy Jack family, I wanna thank y'all so motherfucking much, I wanna thank my big motherfucking brother, my mentor, the person I wanna be here, if it wasn't for him, Kanye motherfucking West, the only small motherfucking time, the only small motherfucking time, hopefully one day we can do that goddamn tour one day man, I hope we can do that, but before I get off this motherfucking stage, I just wanna leave y'all with a message, that my big brother left me with me, so Chance V, everybody, cell phone flashlights in the air, Alex, man, I gotta leave y'all, now it's gonna be great, guys, that my next time's a personality is bi- ndo peace es geht hier raus abzieht konzert wir sind wieder in der nähe vom hotel bis aus der menge raus ich muss tatsächlich sagen und das ist jetzt hart ich bin enttäuscht ich bin einfach wirklich irgendwie enttäuscht rein vom spaßfaktor ich rede nur vom spaßfaktor weil es das schlechte filmskonzept was ich hier erlebt habe der größte grund dafür war die crowd ist euch geben erstmal irgendwie konnte keiner englisch die cuties konnten kein englisch in der crowd konnte keine englisch können die italiener kein englisch die stimmung war zu 80 prozent eigentlich tot die konnten die lyrics nicht da ging auch also die gaben manche songs die standen einfach da bis nichts passiert also vom dinger geil weil ich bin echt schnell relativ weit nach vorne kommen habt ihr gesehen ich war echt sehr sehr weit vorne weiter geht's mit der setlist die war tatsächlich eigentlich nice also es war wirklich sehr sehr viel utopia es war aber auch sehr viel alter shit das ganze irgendwie noch mal gezeigt die topia ist wirklich nicht so das live album sagen ich bin sehr sehr großer utopia fan noch sehr großer defender ich weiß das allererste mal war die kraft noch nicht so bescheid wusste dies und das haben jetzt kommen wir zum krassesten teil und das ist einfach fucking kanye west kanye west war auf der stage kann ja einer der wenigen noch auf einer liste war die ich nicht leicht gesehen habe abgehakt aber vor wie so gut leiten das war ich sonst er war so eine aura digga an die war geisteskrank vom set von travesties und das war wirklich alles super die bühnenschau alles und blablabla wirklich sehr sehr geil aber italien kaut tut mir leid das tut mir leid wir sind im hotel und ich darf jetzt die ganze nacht dieses wunderschöne video schneiden ist doch pünktlich für euch morgen online kommt ich hätte jetzt auch noch zur afterparty gehen können aber ich muss das video schneiden also ich weiß jetzt schon was wird eine schlaflose nacht aber muss man durch